Hallo, einen recht schönen guten Tag von Typisch Uzbekisch. Wir sind heute in der Stadt Fergana im Osten Usbekistan und möchten Ihnen Pub Nummer 1 vorstellen. Das Pub Nummer 1 befindet sich in der Stadt Fergana in der Straße Aybek 14a. Das Pub besteht aus zwei Sälen, ein Saal für Raucher, das sehen Sie gerade, und es gibt einen zweiten für Nichtraucher. Darüber hinaus gibt es zwei Sommerterrassen. Im Pub kann man sowohl usbekische traditionelle Küche als auch europäische Küche, zum Beispiel deutsche Würstchen, Steaks und Ähnliches essen. Pub Nummer 1 ist für sein Bier bekannt. Es gibt hier gefiltertes und ungefiltertes, es gibt in Flaschen abgefüllt oder frisch gezapftes Bier. Eine sehr schöne, einladende, ruhige Atmosphäre. Es finden hier regelmäßig verschiedene Veranstaltungen statt, Bands treten auf und verschiedene Aktionen. Das Pub Nummer 1 bietet auch Lieferungen von Essen. Also das heißt, man kann es auch im Hotel Asia Fergana liefern lassen. Das Pub Nummer 1 befindet sich nicht weit vom Hotel Asia Fergana, ungefähr 15 Gehminuten. Wenn Sie in Fergana lecker essen wollen, dann besuchen Sie diesen Pub Nummer 1. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Ihre Kommentare, Likes und Reposts. Wir danken auch denjenigen für kleine Spenden und freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung. Tschüss!